Auch wenn wir vor einigen Monaten bereits einen ersten Grundkurs zu JetGPT auf unserem Channel hochgeladen haben, hat sich seitdem natürlich einiges getan. Durch unsere tägliche Arbeit mit dem Bot und den vielen Videos, die wir für euch produzieren, hat sich auch unser Wissensstand um ein Vielfaches gesteigert. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, jetzt nochmal einen wirklich umfangreichen und ausführlichen Grundkurs für JetGPT zu erstellen, indem wir alles von der Registrierung bis zum praktischen Arbeiten erklären. Das Video richtet sich primär natürlich an Personen, die nur wenige oder gar keine Erfahrungen mit JetGPT haben, aber ich bin überzeugt, dass es auch denjenigen, die schon ein bisschen mit dem Tool gearbeitet haben, weiterhelfen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Videos schon so vielen von euch dabei helfen konnten, den Umgang mit KI zu lernen und hoffen, dass auch dieses Video hilfreich für euch ist. Für die, die noch tiefer in die Materie einsteigen wollen, haben wir in der Beschreibung auch unseren kompletten JetGPT-Kurs verlinkt. Und natürlich findet ihr auch auf unserem Kanal jede Menge weitere Videos zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir haben dieses Video in Kapitel unterteilt, sodass es leicht ist, auch ein bisschen zu springen und Teile auszulassen, die für dich persönlich vielleicht nicht mehr so relevant sind. Wenn du beispielsweise schon einen JetGPT-Account hast, dann musst du dir natürlich die Anleitung zum Anlegen des Accounts nicht noch einmal anschauen. In der Beschreibung sind die Zeitstempel zum Springen oder du klickst dich einfach mit der Abspielleiste durch. Auch dort sind die Titel der einzelnen Kapitel vermerkt. Starten werden wir jetzt gleich mit dem Anlegen des Benutzeraccounts, sodass wir JetGPT kostenlos nutzen können. Dann werden wir direkt ein paar kurze Anfragen an den Bot stellen und sehen, wie gut die Antworten sind. Im Anschluss erkläre ich dir ganz kurz und verständlich, wie das überhaupt funktioniert. Was ist JetGPT und wie funktioniert diese Künstliche Intelligenz eigentlich? Nachdem wir dann alle Bestandteile der JetGPT-Oberfläche und die möglichen Einstellungen kurz besprochen haben, beenden wir den Crashkurs nochmals mit ein paar Tipps für die richtige Verwendung von KI-Chatbots. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir wirklich anfangen. Legen wir los. Um unseren JetGPT-Account zu erstellen, müssen wir zur Website chat.openai.com gehen und dort bekommen wir diese Ansicht, wenn wir nicht eingeloggt sind. Um einen Account zu erstellen, muss ich dann einfach nur auf den Sign-up-Button klicken. Neben den Möglichkeiten, einen Account mit Google, Microsoft oder Apple zu erstellen, kann ich hier auch einfach meine E-Mail-Adresse eingeben und das möchten wir an dieser Stelle einmal tun. Nachdem ich die Adresse eingegeben habe, kann ich auf Continue klicken. Im nächsten Schritt muss ich dann noch ein Passwort festlegen und kann dann wieder Continue auswählen. Sobald ich das gemacht habe, muss ich meine Mail noch bestätigen. Das bedeutet, wir haben eine Mail mit einem Link bekommen, den wir dann anklicken müssen. Wenn wir diesen Link angeklickt haben, kommen wir zu dieser Seite, wo wir noch ein paar weitere Informationen über uns eintragen müssen. Das sind zum einen unser Name, also in meinem Fall ist das Johannes Ruf und dann müssen wir noch unser Geburtsdatum eingeben. Das dient dazu, dass sich eben keine minderjährigen Personen oder Personen unter 16 sind es, glaube ich, bei JetGPT anmelden können. Nachdem wir alle Infos eingetragen haben, können wir auch hier wieder auf Continue klicken und kommen jetzt zum letzten Schritt, nämlich unsere Telefonnummer zu verifizieren. Leider müssen wir das machen, also wir können keinen JetGPT-Account anlegen, ohne eine Telefonnummer anzugeben. Ich fülle das noch schnell aus und dann können wir mit SendCode unseren Verifizierungscode anfordern. Dann muss ich nur noch in dieses Feld den Code eingeben, den wir bekommen haben und damit können wir unsere Registrierung abschließen. Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist und wir mit unserem Account eingeloggt sind, dann sollten wir ein Chatfenster sehen, das in etwa so aussieht. In meinem Fall hier haben wir ein ChatGPT-Plus-Abonnement. Das bedeutet, ich habe hier oben auch einen Schalter für GPT 3,5 und GPT 4. Normalerweise hat man eben einfach nur GPT 3,5. Aber ich würde sagen, starten wir doch direkt mal und geben unseren ersten sogenannten Prompt in ChatGPT ein. Prompt ist der englische Fachbegriff sozusagen, bedeutet im Prinzip nichts weiter als Eingabe, also der Text, den wir unserem Chatbot schicken, unsere Nachricht sozusagen. Dazu muss ich einfach nur in diese Nachrichtenleiste hier unten meine Anfrage, meine Frage oder das, was ich eben von der KI möchte, eingeben. Und ich könnte starten, indem ich zum Beispiel einmal sage, gib mir fünf Ideen für Blogartikel zum Thema künstliche Intelligenz. Das Ganze kann ich dann entweder mit der Enter-Taste oder mit einem Klick auf diesen Senden-Button abschicken. Und dann sehen wir, dass der Bot direkt loslegt und uns hier eine Liste mit fünf möglichen Blogartikeln zum Thema künstliche Intelligenz aufschreibt. Wir haben jeweils die Überschrift, die hier vom Bot generiert wird und dann noch einen kleinen Stichpunkt, der beinhaltet, was in diesem Artikel so vorkommen könnte. Und so haben wir ganz schnell eine Antwort von ChatGPT bekommen. Wir sehen hier verschiedene Dinge und ich könnte ja zum Beispiel mal sagen, der dritte Punkt, künstliche Intelligenz in der Bilderkennung, wie Computer sehen lernen, klingt sehr interessant. Dadurch, dass wir hier einen Chat haben, können wir uns immer auf die vorangegangene Unterhaltung mit ChatGPT beziehen. Das bedeutet, ich könnte hier jetzt einfach mal Folgendes schreiben. Der dritte Punkt klingt interessant. Kannst du dafür eine Struktur mit Überschriften und Stichpunkten für den Artikel generieren? Auch das kann ich jetzt absenden mit der Enter-Taste in diesem Fall. Und wir sehen, dass wir jetzt hier ein sozusagen Grundgerüst für diesen Artikel bekommen. Teilweise kann es sein, dass der Bot ein bisschen länger dauert oder sich aufhängt, aber in der Regel sollte das komplett generiert werden. Wenn ich jetzt hier mal drüber schaue, dann sehe ich, dass wir verschiedene Überschriften bekommen haben, wie zum Beispiel Einleitung oder Grundlagen der Bilderkennung und dann immer ein paar Stichpunkte, worüber man hier schreiben könnte. Aber selbst diese Schreibarbeit kann einem ChatGPT abnehmen. Das bedeutet, ich könnte einfach mal sagen, ich möchte vielleicht diese Einleitung mal in ausgeschriebener Form sehen. Dann kann ich einfach nur hier unten in mein Nachrichtenfeld wieder eingeben. Kannst du die Einleitung ausformulieren und einen informativen und unterhaltsamen Schreibstil verwenden? Auch das schicken wir nochmal ab und wir sehen, hier bekommen wir jetzt unsere Einleitung ausgeschrieben. Stellen Sie sich vor, Sie könnten einen Blick in das Gehirn eines Computers werfen und sehen, wie er die Welt um sich herum wahrnimmt und so weiter. Wir bekommen hier also unsere Einleitung schon mal komplett detailliert ausformuliert und können so, also wenn wir uns mal erinnern von ganz oben, vom Brainstorming über Themen für Blogartikel über die Struktur, also Überschriften, Stichpunkte bis hin zum kompletten Ausformulieren in dieser Unterhaltung mit ChatGPT hier eigentlich alles abarbeiten und müssen kaum noch etwas selbst machen. Natürlich sollte man nicht alles einfach so blind aus ChatGPT kopieren, aber man sieht hier schon mal, denke ich, relativ deutlich, wie mächtig diese künstliche Intelligenz ist und wie sehr sie uns bei allen möglichen Aufgaben unterstützen kann. Nachdem wir jetzt also schon einmal gesehen haben, wie einfach die Kommunikation mit ChatGPT ist und wie gut die Ergebnisse sind, ist es an der Zeit, dass wir ein bisschen mehr über den Bot lernen, wo er herkommt und wie das Ganze eigentlich funktioniert. ChatGPT wurde Ende November 2022 von OpenAI vorgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ohne jetzt zu lange und im Detail auf die Geschichte einzugehen, wollen wir uns kurz diese Firma anschauen. OpenAI ist ein Unternehmen, das sich schon eine ganze Weile mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und in diesem Gebiet forscht. 2015 gründeten damals Sam Ortman, der heute immer noch CEO ist, Greg Brockman, Elon Musk, Ilya Sudskever, Wojciech Zaremba und John Schulman, das unabhängige Forschungslabor OpenAI, mit dem Ziel oder der Mission sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz der ganzen Menschheit zugute kommt. Das damalige Investment in diese Mission betrug insgesamt ca. 1 Milliarde US-Dollar, wobei OpenAI so wenig wie möglich davon ausgeben wollte. Seitdem hat sich aber einiges geändert und obwohl das Ziel auch laut Website und Kommunikation des Unternehmens sich nicht geändert hat, wurde OpenAI 2019 in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt. Auch am Führungsteam gab es Änderungen, die größte vermutlich mit dem Ausscheiden von Elon Musk. Öffentlich wurde ein Interessenskonflikt mit Tesla als Grund angegeben, es gab aber wohl auch interne Meinungsverschiedenheiten, vor allem zwischen Musk und Altman. Der größte Investor in OpenAI über die letzten Jahre war Microsoft. Mit Investment in Höhe von aktuell insgesamt 13 Milliarden US-Dollar ist der Tech-Gigant nicht nur die Hauptgeldquelle für OpenAI, sondern stellt mit Azure auch quasi die komplette Rechenleistung zur Verfügung, die man für das Arbeiten mit künstlicher Intelligenz nämlich in rauen Mengen braucht. Okay, wir haben also OpenAI, das an künstlicher Intelligenz forscht. Ein Spezialgebiet der Forscher ist die sogenannte GPT-Technologie oder GPT-Modelle. GPT ist eine Abkürzung und steht für Generative Pre-Trained Transformer. Das klingt erstmal alles super kompliziert und auch wenn es das auf der untersten technischen Ebene natürlich ist, kann man es mit ein paar Analogien ganz gut erklären. Und das wird uns enorm dabei helfen, zu verstehen, wie eben auch Chat-GPT funktioniert. Ein Generative Pre-Trained Transformer ist eine spezielle Art eines sogenannten Large Language Models oder kurz LLM, mit dem Computer Muster oder Pattern aus Daten lernen und dann Vorhersagen oder Entscheidungen treffen können, ohne wirklich explizit dafür programmiert worden zu sein. Sehen wir uns die drei Teile von GPT an. Generative bedeutet, dass das Modell die Fähigkeit hat, Ausgaben zu generieren. In den meisten Fällen und auch bei Chat-GPT handelt es sich um die Fähigkeit, Text zu erzeugen. Pre-Trained. Das Modell wird trainiert, indem es eine große oder besser gesagt riesige Menge an Daten bekommt. Bei den GPT-Modellen von OpenAI handelt es sich dabei um unglaublich viel Text, den die Modelle zum Training bekommen. Das Pre in Pre-Trained bezieht sich darauf, dass dieses allgemeine Training passiert, bevor das Modell dann für speziellere Aufgaben nochmals besser abgestimmt werden kann. Und dann haben wir noch Transformer. Transformer bezieht sich auf die Art und Weise, wie das Modell arbeitet. GPT-Modelle verarbeiten sequentielle Daten wie Sätze, aber im Gegensatz zu anderen Strukturen nicht zwangsläufig der Reihe nach. Das ist besonders nützlich für Sprache, denn manchmal kann die Bedeutung eines Wortes von anderen Wörtern abhängen, die sowohl vor als auch nach dem eigentlichen Wort stehen. Aber machen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel, wie ein GPT-Modell arbeitet, um es noch einfacher herum zu brechen und vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Stell dir vor, du stellst dem GPT-Modell die Frage, was ist ein Apfel? Zuerst schaut das Modell auf die Wörter in der Frage. Es erkennt das Wort Apfel und versteht, dass du Informationen über Äpfel suchst. Es erinnert sich dann an all die Informationen über Äpfel, die es während seines Trainings gelesen hat. Dann beginnt es eine Antwort zu erstellen. Es fängt wahrscheinlich mit dem Wort ein an, weil es gelernt hat, dass eine Definition oft mit ein beginnt. Dann wählt es das nächste Wort, vielleicht Apfel und weitere Wörter wie ist, eine und Frucht. Also könnte die endgültige Antwort so aussehen. Ein Apfel ist eine Frucht, die in vielen Teilen der Welt wächst. Sie kann in verschiedenen Farben wie Rot, Grün und Gelb gefunden werden und wird oft frisch gegessen oder zum Kochen und Backen verwendet. So hat das GPT-Modell eine vollständige Antwort auf deine Frage generiert, basierend auf dem, was es während seines Trainings gelernt hat. Es versteht dabei nicht wirklich, was ein Apfel ist, aber es kann die Information wiedergeben, die es eben gelernt hat. Der Grundstein für JetGPT, wie wir es heute kennen und benutzen, wurde im Juni 2018 gelegt, als OpenAI mit dem Modell GPT-1 die GPT-Serie begonnen hat. Dieses erste Modell wurde mit Büchern trainiert und hat das erste Mal wirklich die Fähigkeit gezeigt, durch sogenanntes Unsupervised Learning, also eigenständiges Lernen, ein Sprachverständnis zu entwickeln und passende Wörter als Folge zu generieren. Um die Entwicklung und Verbesserung der GPT-Modelle seitdem besser zu verstehen, müssen wir uns noch einen weiteren Fachbegriff anschauen. Parameter. Natürlich hat man, denke ich, eine Definition von Parameter im Kopf, aber in Bezug auf GPT-Modelle ist es ein spezieller Fall. Ein Parameter für ein solches Modell bezeichnet vereinfacht gesagt eine kleine Regel für Sprache, die das Modell gelernt hat. GPT kann dann beim Generieren von Text auf das Wissen, das mit diesen Regeln trainiert wurde, zurückgreifen, um immer das nächste Wort so gut wie möglich vorhersagen zu können. GPT-1 hatte damals 117 Millionen Parameter, also 117 Millionen Mini-Regeln, die befolgt werden, um Text zu generieren. Das klingt unglaublich, aber ist für heutige Modelle eigentlich lachhaft wenig. Dieser Fakt zeigt schon die enorme Leistung, die solche Modelle erbringen und erklärt relativ gut, warum man ein solches Modell nicht einfach mal so auf dem eigenen Computer verwenden oder gar trainieren kann. Man braucht unglaublich viel Rechenleistung. Im Februar 2019 kam dann schon GPT-2 mit einer Steigerung der Parameter auf direkt einmal 1,5 Milliarden. Durch diesen Fortschritt konnte das neue Modell sehr viel bessere Texte generieren und schon sinnvolle Texte auch mit mehreren Absätzen erzeugen. Es dauerte allerdings noch bis November 2019, bis OpenAI das Modell zugänglich machte, da hier bereits der Missbrauch solcher Modelle ein großes Thema wurde und zunächst einmal Sicherheitsrisiken geklärt werden mussten. Im Juni 2020 wurde dann mit GPT-3 ein echter Meilenstein erreicht. Mit seinen sage und schreibe 175 Milliarden Parametern kann dieses Modell schon unglaublich gute Texte generieren und hat ein wirklich umfassendes Verständnis von Sprache. Eine leicht verbesserte Version dieses Modells mit dem Namen GPT-3,5 ist auch das Modell, das wir aktuell, also Stand Juni 2023, in der kostenlosen Version von JetGPT verwenden. Am 14. März 2023 hat OpenAI dann das aktuellste Modell GPT-4 veröffentlicht, welches aber aktuell nur JetGPT plus Usern vorbehalten ist. Auch dieses Modell bringt nochmals deutliche Verbesserungen mit, die genaue Zahl der Parameter wurde bis jetzt aber nicht kommuniziert. Es gibt verschiedene Gerüchte darüber, dass GPT-4 100 Billionen Parameter haben soll, das wurde von CEO Sam Altman allerdings dementiert und es ist genauso gut denkbar, dass das Modell nur wenig größer ist als GPT-3,5. Im Prinzip ist für uns als Endnutzer diese Zahl aber auch nur bedingt wichtig, solange das Modell gute Ergebnisse liefert und diese sind sowohl bei GPT-4 als auch GPT-3,5 wirklich beeindruckend. Wie bereits am Anfang gesagt, wurde im November 2022 JetGPT veröffentlicht und damit eigentlich das erste Mal eine Schnittstelle zu einem GPT-Modell, die wirklich von jeder und jedem benutzt werden konnte. Man braucht eigentlich selbst nichts über KI zu wissen, um mit dem Chatbot interagieren zu können. Die guten Ergebnisse, die dank GPT-3 und 3,5 erzielt werden können, haben dazu geführt, dass JetGPT in Rekordzeit neue User gewinnen konnte und nach circa zwei Monaten die Grenze von 100 Millionen Nutzern überschritten wurde. Künstliche Intelligenz ist damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch deshalb ist es so wichtig, sich jetzt mit diesem Thema zu beschäftigen und zu lernen, wie man die neuen Tools so gut wie möglich einsetzen kann. Okay, wir sind jetzt erst einmal durch mit unserer Einführung und den theoretischen Basics für die Arbeit mit JetGPT. Es wird Zeit, dass wir wieder selbst aktiv werden und den Bot auch benutzen. Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesehen. Eigentlich ist daran nichts wirklich kompliziert. Wir haben eine Textbox im Chat, in der wir sogenannte Prompts schreiben können, also unsere Fragen oder Aufforderungen an den Chatbot. Es gibt aber je nach Version noch ein paar wenige Einstellungen, die man machen kann und die schauen wir uns jetzt kurz zusammen an. Wenn man sich bei JetGPT einloggt, dann hat man vermutlich genau diese Ansicht hier. Wir haben unseren Hauptbereich mit unserem Chat, den wir in einem kurzen praktischen Beispiel schon gesehen haben. Hier ist eigentlich nichts kompliziert. Wir haben im Prinzip ein Feld zum Eingeben unserer Nachrichten, einen Button zum Abschicken und, sofern man ein Plus-Abonnement hat, hier oben noch die Schalter zum Umschalten zwischen verschiedenen Modi. Wir haben auf der linken Seite dann unsere Seitenleiste, die wir jederzeit auch mit diesem Button hier ausblenden und dann genauso auch wieder einblenden können. Innerhalb dieser Seitenleiste können wir, wenn wir unseren Chatverlauf aktiviert haben, hier unsere ganzen vergangenen Chats sehen und können in jeden beliebigen dieser Chats auch jederzeit zurückspringen. Das bedeutet, wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel diesen Chat hier anklicke, dann sehen wir, dass ich hier über etwas Bestimmtes mit dem Bot gesprochen habe und ich kann hier einfach mit dieser Unterhaltung weitermachen. Und JetGPT wird dann alles wissen, was wir davor eben in dieser Unterhaltung besprochen haben. Ich muss also nicht wieder von vorne anfangen, wenn ich mich über ein Thema weiter unterhalten möchte. Hier sehen wir auch schon einen weiteren Button, den wir in der Oberfläche noch haben und das ist Regenerate Response. Oftmals kann es sein, dass wir mit der Antwort von ChatGPT nicht ganz so zufrieden sind und wenn das der Fall ist, dann kann ich einfach immer diesen Button einmal anklicken und dann wird die letzte Antwort von ChatGPT hier neu generiert. Wir sehen auch direkt ganz oben. Hier ist eine überarbeitete Einleitung. Hier wird dann nochmal etwas generiert und ich habe hier dann noch die Möglichkeit, ChatGPT rückzumelden, ob das Ganze besser, schlechter oder genauso wie der vorherige Vorschlag war. Das Ganze ist auch nicht destruktiv, was ich ganz schön finde. Das bedeutet, wenn wir eine Antwort neu generieren, dann bekommen wir hier diesen kleinen Umschalter und können also unsere verschiedenen Revisionen für diese Antwort anschauen. Hier ist zum Beispiel die erste Variante und hier die zweite Variante, die wir gerade eben generiert haben. Wenn ich einen Chat ausgewählt habe, dann habe ich hier noch drei Optionen. Ich kann das Ganze entweder löschen, wenn ich sage, das möchte ich nicht mehr haben. Ich kann das Ganze teilen, ein relativ neues Feature, dann kann ich einen Link zu diesem Chat zum Beispiel an einen Freund oder eine Freundin schicken und diese Person hat dann eben auch Zugriff oder ich kann diesen Chat umbenennen. Wenn ich also sage, ich möchte das leicht wiederfinden können, dann kann ich diesen automatisch vergebenen Namen von ChatGPT hier verändern, indem ich den Stift anklicke und könnte ich hier etwas Eigenes eingeben. Könnte zum Beispiel sagen, ich lösche das hier hinten und möchte diesen Chat nur KI-Blog-Vorschläge nennen. Bestätige das mit dem Häkchen und dann sehen wir, das Ganze wurde umbenannt. Ganz unten in unserer Seitenleiste haben wir dann noch unseren Account und wenn ich das Ganze hier einmal anklicke, dann sehe ich, dass ich mehrere Möglichkeiten habe. Ich kann entweder alle meine Unterhaltungen löschen, dann habe ich aber natürlich keinen Zugriff mehr darauf. Ich kann Informationen zu meinem aktuellen Plan einsehen. Also hier könnte man zum Beispiel ein ChatGPT Plus Abo kaufen. Ich kann die Hilfe- und FAQ-Seite von OpenAI aufmachen. Ich kann mich auslocken ganz unten und ich habe hier noch Zugriff auf Einstellungen. Diese sind auch sehr überschaubar, deswegen werfen wir kurz einen Blick drauf. Ich habe generell einmal die Möglichkeit, die Ansicht hier umzuschalten. Wir sind hier aktuell in der hellen Ansicht. Ich könnte das Ganze auch auf die dunkle Ansicht umstellen. Manche Leute mögen das einfach lieber. Man kann das auch auf System stellen. Dann wird die helle oder dunkle Ansicht, je nach Systemeinstellungen, also wie man das eigene Betriebssystem verwendet, eben ausgewählt. Für den Kurs hier bleiben wir bei der hellen Darstellung, denn da ist das Ganze, denke ich, ein bisschen besser lesbar. Für mich persönlich, wenn ich ChatGPT privat nutze, bin ich aber auch eher ein Dark-Mode-Nutzer. Hier haben wir auch nochmal die Option zum Löschen aller Chats. Dann haben wir hier Beta-Features. Diese sind eigentlich nur für Plus-User relevant. Das bedeutet, hier kann ich Plugins und Browsing aktivieren und deaktivieren. Browsing ist zum Zeitpunkt dieses Videos temporär abgeschalten, sodass man also auch als Plus-User keinen Zugriff mehr hat. Aber OpenAI hat schon angekündigt, dass das Browsing bald zurückkommen soll. Für alle Nutzer ist dann wieder Data-Controls interessant und hier habe ich einfach nochmal verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Daten exportieren und relativ wichtig, ich habe hier einen Schalter für Chat-History und Training. Das bedeutet, wenn ich diesen Schalter hier deaktiviere, dann wird mein Chat-Verlauf hier nicht gespeichert und ich kann auf ältere Chats nicht mehr zurückgreifen. Das Ganze machen trotzdem einige Leute, da dieser Schalter auch zeitgleich deaktiviert, dass die von uns eingegebenen Daten zum Training von OpenAI verwendet werden. Das bedeutet, wenn ich das hier ausschalte, dann wird das, was ich bei ChatGPT eingebe, nicht mehr von OpenAI weiterverwendet, um den Bot zu verbessern. Wenn wir das Ganze hier aktiviert lassen, dann werden diese Daten zum Training weiterverwendet. Wenn man das nicht möchte, sollte man das an dieser Stelle also ausschalten. Das sind aber im Prinzip schon alle Einstellungsmöglichkeiten, die wir haben. Ich würde das Fenster an dieser Stelle also einfach nochmal schließen und wir haben im Prinzip jetzt über alles gesprochen, was wir in ChatGPT hier an Oberfläche haben. Ein Hinweis vielleicht noch, neben dem Regenerate-Response-Button kann es sein, dass hier unten manchmal ein weiterer Button auftaucht, der den Titel Continue hat. Es kann nämlich sein, dass wenn ChatGPT uns eine besonders lange Antwort gibt, dass diese dann irgendwann abgebrochen wird, weil der Bot an sein Limit kommt, also nicht mehr Wörter schreiben kann. Dann können wir allerdings einfach auf diesen Continue-Button hier unten klicken und die Antwort wird fertiggestellt. Wie gesagt, das ist nur relevant bei sehr langen Antworten, aber dann haben wir hier eben einfach den Continue-Button und können damit unsere Antwort vervollständigen lassen. Zum Abschluss des Videos wollen wir uns nochmal kurz ein paar Beispiele anschauen und dabei lernen, wie wir unsere Prompts, also die Befehle, die wir eingeben, bestmöglich formulieren. Vor allem ChatGPT und andere Chatbots behaupten ja, mit komplett normaler Sprache klarzukommen. Und oft scheint es auch so zu sein. Trotzdem reden wir hier natürlich nicht mit einem Menschen und dem Computer können wir es mit ein paar Tipps leichter machen und damit letztendlich für uns bessere Ergebnisse bekommen. Tipp Nummer 1. Anweisungen und Inhalte korrekt trennen. Auch wenn es für uns absolut unnötig erscheint, es hilft beim Arbeiten mit Chatbots unglaublich viel, wenn wir zwischen Anweisungen und Inhalten oder oft auch Kontext genannt in unseren Prompts unterscheiden und das Ganze klar markieren. Das sagt einem dabei niemand, außer man schaut wirklich detailliert in der Dokumentation, zum Beispiel bei OpenAI nach. Dort wird nämlich folgendes empfohlen. Text, den man dem Bot gibt, um ihn beispielsweise zusammenzufassen, sollen wir ans Ende des Prompts schreiben und dann auch noch speziell markieren. Dafür verwenden wir entweder drei Rauten oder drei Anführungszeichen am Beginn und am Ende des Texts. Damit signalisieren wir dem Chatbot ganz klar, zuerst bekommst du eine Anweisung, zum Beispiel etwas zusammenfassen und danach gebe ich dir das, was ich gern zusammengefasst haben möchte. In der Praxis könnte das zum Beispiel so aussehen. Ich habe hier einen ganz einfachen Prompt geschrieben, nämlich fasse mir diesen Text zusammen und dann habe ich danach einfach meinen Text angefügt, den ich gerne zusammenfassen würde. Noch besser für den Bot ist es allerdings, wenn wir das Ganze trennen. Wir beginnen zwar auch hier mit der Anweisung, also fasse mir diesen Text zusammen, dann möchte ich allerdings den eigentlichen Text in drei Rauten oder drei Anführungszeichen einkapseln, sodass JetGPT genau erkennt, dass das der Kontext ist, den wir zusammenfassen möchten. Hier noch ein kleiner Trick, wenn man sich den Prompt ein bisschen übersichtlicher machen möchte. Normalerweise, wenn ich die Enter-Taste hier drücke, dann wird das Ganze direkt abgeschickt. Ich kann allerdings die Umschalt-Taste halten und dann Enter drücken und dann kann ich hier auch Absätze reinmachen. Und so könnte ich jetzt hier einfach davor meine drei Rauten-Symbole schreiben und dann nochmal mit Umschalt und Enter das Ganze beenden. Auch hier meine drei Rauten schreiben und dann habe ich diesen Text mit Anweisung und Inhalt perfekt für JetGPT formatiert. Tipp Nummer zwei. So spezifisch wie möglich sein, vor allem mit Bezug auf den Kontext, das gewünschte Ergebnis, Länge, Format und Stil. Dieser Tipp klingt erst einmal ein bisschen allgemein und auch ziemlich logisch. Natürlich achte ich bei meinen Prompts darauf, keine vagen Angaben zu machen und schreibe nicht einfach nur ein Gedicht. Auch hier gibt es aber eine Art Framework mit ganz konkreten Punkten, auf die wir achten sollen. Ein guter Prompt enthält Kontext, die Art des gewünschten Ergebnisses, Information über Länge, Format und Stil. Je mehr diese Infos wir der künstlichen Intelligenz geben können, desto näher wird das Ergebnis an unseren Erwartungen sein. Das führt auch dazu, dass der Prompt vielleicht nicht mehr so einfach und gesprochen aussieht, aber dafür ist er eben viel effektiver. Auch hier ein kurzer Blick in die Praxis. Natürlich kann ich JetGPT danach fragen, ein Gedicht zu schreiben und ich werde auch hier natürlich ein Ergebnis bekommen. Wir sehen, das Ganze wird generiert und wir haben ein Gedicht erhalten. Das Problem daran, das Thema hat sich JetGPT jetzt frei ausgesucht, außerdem das Format, wie lang das Gedicht ist und eigentlich alles drum rum. Wir haben ein Gedicht bekommen, aber mehr eben nicht. Sobald das Ganze jetzt fertig generiert ist, das ist jetzt der Fall, probieren wir das nochmal und sind jetzt wirklich spezifisch in Bezug darauf, was wir eigentlich haben möchten. Ich beginne also einfach wieder mit schreibe ein Gedicht und jetzt ergänze ich Schritt für Schritt Kontext, Länge und mehr Informationen zu zum Beispiel Stil. Ich könnte also zum Beispiel sagen, schreibe ein Gedicht über künstliche Intelligenz. Dann gebe ich Informationen zur Länge an, indem ich vielleicht sage, mit acht Zeilen. Ich möchte gerne einen Paarreim haben und dann sage ich vielleicht noch etwas zum Ton meines Gedichts, indem ich hier ganz vorne hinzufüge, schreibe ein mittelalterliches Gedicht über künstliche Intelligenz mit acht Zeilen und Paarreim. Das Ganze schicken wir jetzt mal ab und jetzt haben wir JetGPT sehr viel mehr Informationen gegeben und wir sehen, dass das Ganze komplett funktioniert. Wir haben hier acht Zeilen, das Ganze ist fertig, wir haben einen Paarreim und wir haben ein sehr kreatives mittelalterliches Gedicht über künstliche Intelligenz bekommen. Tipp Nummer drei, das gewünschte Ergebnis erzielen, indem Formatvorgaben mit Beispielen gemacht werden. Vor allem dann, wenn man schon ganz genau im Kopf hat, wie das Ergebnis formatiert sein soll, ist dieser Tipp enorm hilfreich. Denn wir können im Prompt einfach Vorgaben formulieren, wie wir unsere Antwort gerne hätten. Starten wir wieder mit einem ganz allgemeinen Prompt, indem ich sage, was sind die zehn größten Städte in Europa. Ich schicke das ab und wahrscheinlich bekommen wir jetzt eine nummerierte Liste. JetGPT weist noch einmal ein bisschen darauf hin, dass das je nach Messmethode ein bisschen anders sein kann. Aber jetzt bekommen wir hier die Information. Wie gesagt, in einer nummerierten Liste mit der jeweiligen Stadt und dann der Zahl der Einwohner zum aktuellen Stand, basierend auf den Daten bis zum Jahr 2021. Das hat also gut funktioniert und wir haben also ein Ergebnis bekommen. Aber vielleicht möchte ich das in einem ganz anderen Format haben und auch das ist natürlich möglich. Wir werden uns einfach zwei Beispiele anschauen. Eine ganz einfache Variante wäre, dass nicht in einer Liste, sondern in einer Tabelle darzustellen. Das kann JetGPT ziemlich gut und hier reicht es eigentlich, wenn ich einfach nur schreibe, gib mir die Städte in einer Tabelle aus mit drei Spalten für Stadt, dann Einwohnerzahl und als letztes Land. Wichtig hier, ich habe die Reihenfolge noch ein bisschen geändert. Damit sollte JetGPT allerdings kein Problem haben. Wir schicken das Ganze einmal ab und schauen, was wir bekommen und das scheint wunderbar zu funktionieren. Wir haben ganz vorne unsere Stadt, dann die geschätzte Einwohnerzahl und als letztes in der dritten Spalte das jeweilige Land. Wir können aber auch ganz eigene Formate machen. Also eine Tabelle ist ja etwas relativ geläufiges. Wenn wir jetzt ein ganz spezielles Format haben wollen, dann lohnt es sich oft ein Beispiel zu machen. Ich könnte dazu zum Beispiel folgende Eingabe verwenden. Gib mir die Daten in folgendem Format aus. Stadt1, Einwohnerzahl1, Stadt2, Einwohnerzahl2 und so weiter. Wir wollen jetzt also nur noch Städte und Einwohnerzahlen und das Ganze einfach in einer Zeile durch Kommas getrennt. Auch das können wir abschicken und dadurch, dass wir jetzt hier ein Beispiel vorgegeben haben, also wie wir das Ganze gerne haben möchten, funktioniert auch das gut und wir sehen, dass das Ganze in einer Zeile, natürlich mit Umbrüchen, da die Zeile irgendwann zu Ende ist, hier aufgelistet wird, alles nur durch Komma getrennt. Und so könnte man das zum Beispiel in eine CSV-Datei übertragen, um es dann später in Programmen wie Excel vielleicht zu verwenden. Natürlich aber nur ein Beispiel. Man kann im Prinzip jedes Format vorgeben, das man möchte. Tipp Nummer 4. Positive Prompts statt negativen Prompts verwenden. Vor allem bei der Bilderzeugung mit künstlicher Intelligenz können negative Prompts sehr sinnvoll sein. Also zum Beispiel ein Bild vom Himmel ohne Wolken. Auch bei Chatbots können negative Prompts funktionieren. Es ist aber eigentlich immer eine bessere Idee genau zu beschreiben, was der Bot tun soll und nicht, was nicht. Also statt folgendem Prompt. Du bist ein Prüfer und fragst mich zum Thema Physik ab. Frag nicht nach Themen der Elektrizität. Ist es mit Sicherheit sinnvoller, es so zu formulieren. Du bist ein Prüfer und fragst mich zum Thema Physik ab. Frag nach Themen der Mechanik, Optik und Wärmelehrung. Das ist nur ein Beispiel von vielen, in denen es Sinn macht, sich darauf zu konzentrieren, was man wirklich möchte. In diesem Beispiel kann man natürlich immer noch ergänzen, wenn man wirklich gar keine Fragen zur Elektrizität haben möchte. Aber in der Regel reicht die Begrenzung auf die gewollten Themen aus. Ganz nebenbei bemerkt ist dieses, ich nenne es mal Rollenspielformat, eins unserer liebsten Tools für ChatGPT. Das muss dabei keine Prüfung sein. Man kann auch einfach eine Unterhaltung oder Diskussion mit dem Bot über ein bestimmtes Thema. Tipp Nummer 5. Und der ist zum Zeitpunkt dieses Videos ganz aktuell. Wir können die sogenannten Custom Instructions von ChatGPT nutzen. Custom Instructions, das klingt erstmal relativ komplex, aber alles, was das ist, ist eine Art globale Anweisung oder globale Information, die wir dem Chatbot zur Verfügung stellen können und die diese dann in jedem neuen Chat berücksichtigt. Wir finden das Ganze, wenn wir hier links unten auf unseren Namen klicken und dann den Punkt Custom Instructions auswählen. Hier können wir das Ganze mit dem Schalter unten für neue Chats aktivieren und dann haben wir im Prinzip zwei Felder, in die wir Informationen eintragen können. Zum einen ist das ein Feld, in dem wir Informationen über uns selbst angeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dozent an der Uni bin, dann kann ich hier reinschreiben, ich bin ein Unidozent für die Fächer so und so und meine Studierenden sind im ersten und zweiten Semester Maschinenbau zum Beispiel. Dann weiß ChatGPT einfach besser über meine Person Bescheid und kann die Antwort so schon mal ein bisschen anpassen. Außerdem kann ich angeben, wie ich möchte, dass ChatGPT mir antwortet. Ich kann also zum Beispiel sagen, lass die Einleitung weg, gib mir vielleicht einfach immer nur eine Tabelle mit einer Struktur für eine Stunde, die ich halten kann oder ähnliches. Der Fantasie sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Dadurch, dass das aber doch ein bisschen ein komplexeres und weiterführendes Thema ist, möchte ich den Grundkurs an dieser Stelle jetzt nicht mehr in die Länge ziehen damit. Wenn dich das speziell interessiert, wie du also mit diesen Custom Instructions ChatGPT noch besser machen kannst, dann habe ich dir dazu ein Video von unserem Channel direkt in der Beschreibung verlinkt, dass du einfach anklicken kannst und dich dort nochmal weiterbilden. Ich hoffe, diese Einführung in ChatGPT und die spannende neue Welt von künstlicher Intelligenz hat dir gefallen und war vor allem hilfreich. Falls ja, freue ich mich sehr über ein Like und einen netten Kommentar. Hier hört es aber natürlich nicht auf. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf jeden Fall auf unserem Kanal vorbei und lass am besten direkt ein Abo da. Wir haben unzählige Videos, Tutorials, Tipps und Tricks zu allen Themen rund um KI für dich. Egal, ob es um Chatbots wie ChatGPT geht oder Bilderzeugung mit KI und sogar künstliche Stimmen. Es gibt noch unglaublich viel zu lernen.